Ich weiß zwar überhaupt nicht, was wir machen sollen, aber also wir sind hier, irgendwas anderes blaues ist im Süden Ja, oben das Grau mit V Das Camino Fire Ranger Ja, steht Target Target, genau Target ist auch gut Hallo, Midnight und ich haben mal AMA 3 Alpha angetestet Wir sind hier jetzt einfach reingegangen ohne große Vorbereitung und haben eine Multiplayer Session angefangen Wichtig zu wissen ist, das ist kein Shooter Auch wenn wir hier alles auf Fleisch spielen und das ein bisschen aussieht wie ein Shooter AMA ist eigentlich eine Militärsimulation und wir spielen das hier schon ein wenig nubig aber es hat uns Spaß gemacht und ich hoffe doch, euch auch und mal schauen, was so alles passiert So, wo bist denn du? Ach, da Ach, dir haben sie keine Waffe in die Hand gedrückt, weil du Leader bist? Doch, ich hab sie gesenkt Achso Vor allem Wie hat's Otyom so schön gemacht? Irgendwie Ach, ist mir schlecht Ist mir schlecht Das hab ich noch gar nicht gesehen Ja, so siehst du aber auch aus Ach, ist mir schlecht Deine Wasserflasche drückt, scheint mir Die Bewegungen sind total komisch Wenn ich ihn jetzt in die Hocke schick Oh, ich liege Ich wollt gar nicht liegen Wenn du die Waffe im Anschlag hast, dann rennt der So komisch wie der rennt, wenn du die Waffe im Anschlag hast Das ist so, also nee Das ist das, was mich am meisten aufrecht Aber wie die das mit dem Breakdance hinmachen, das möchte ich mal noch wissen Warte, ich gucke nach oben Weil die sich irgendwie so komisch hinlegen Und Dann legt er sich irgendwie auf die Seite oder so Oder ich weiß nicht Ist C nicht normalerweise aufstehen? Ja, da nicht mehr Da ist 2xx Hocken, aufstehen Achso, das hat mich schon irritiert Ist das süß Mit langsam gehen, weißt du wie? Du musst dir vorwärts und dann gleichzeitig S drücken Mal kurz antippen Dann wechselst du zwischen gehen und rennen Das ist doch, wie soll ich denn da auf S gehen, wenn ich vorwärts gehe? Einfach Mittelfinger mal ein bisschen nach unten Ja, habe ich gerade gesehen, aber Und warum ist jetzt Midnight immer in meinem Bild drin? Erstmal der Ego-Perspektive, sonst Sehe ich ja nichts Kommt das jetzt vielleicht mit dem Night Vision ein bisschen besser? Achso, die hören alle auf dich, die laufen dir nach jetzt, weil du Führer bist Ja, ich bin Ich bin Lieder Ich weiß nicht, ob das so clever war Schöne Auto Ich habe vor uns das Scheinwerke irgendwo nach unten gesehen Sag ich nicht mehr für ein Visier Äh, Visier Ja, ich glaube ich probier's doch mal mit Night Vision Wo ist das hell? Wo ist jetzt, wo ist jetzt Target? In Norden, wo ist denn die, äh, Kamera, äh, die Kompass-K, ne? Ja Ja, über Über den Leuchtturm hinweg Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich mit dem Nachsichtgerät voll unwohl Wollst du Alice? Oh! Alter, erschreck mich nicht so Was? 300 Meter, 8 o'clock, 8 Ist doch hinter uns, oder? Ja, eben, eben, eben Achso Liege ich jetzt eigentlich? Sag du schon Oh, das wird gesche- Er geht ja wieder in die andere Richtung Hä, was? Siehst du den, oder was? Ne, aber die laufen jetzt alle wieder im Leuchtturm zu Ich lieg doch aber Ich mach doch gar nichts Der Sprecher hat mich jetzt voll erschreckt Das warst du Du warst Stehen sie wieder alle auf Das sind die ersten, die sterben Zweite Leuchtturm Ja, das kann man ja rausschalten Machst einfach die Sounds leiser und dann sagt er nichts mehr Ja, cool wär's, wenn ich ein Auto sehen würde und dann automatisch die Ansage mache Du laufst schneller als ich? Was machst du denn jetzt? Sch- Shift Oh Gott Äh, unsere Teamkameraden sind viel mutiger als wir Die sind nicht mutig, die sind lebensmüde Äh, das verstehe ich aber jetzt nicht Weil? Norden ist doch unser Ziel gewesen, oder? Ja, da unten Ach, ich sehe, jetzt hier ist Norden Achso, ich muss den erst mal einpendeln Ach, ich muss K gedrückt halten? Ja, oder doppelt klicken Unknown Contact, 200 Meter North West Man, 200 Meter North West Wo ist denn? Was schießt denn da? Ich sehe nichts Ey, hast du deine Leute nicht unter Kontakt, oder? Ja, wo ist denn Nordwesten? Da ist Nordwesten Ich weiß ja nicht, was sie sehen Ach, da hinten Da ist ein ganzer Arsch voll Was? Ja, da muss man mit dem Visier reinziehen Ja, Visier ist ja alles dunkel dann Ne, das ist hell genug Ich weiß ja nicht Oder auf der Straße Ach, auf der Straße sind die Hinten bei den Gebäuden Im Sausende sind die so im Gelände Ey, ich muss nach unten ziehen, warum das? Ja, das verstehe ich auch nicht So ein Glück bewegt er sich nicht Geht nicht, geht nicht Das ist kein Ace Jetzt legt er sich hin Wenn es kein Ace So, hast du jetzt noch Kontakt irgendwo? Ich hab die Waffe gewechselt, was klug war Dahinter im Auto ist doch einer War einer Ich krieg meine Waffe nicht wieder Ach, ich hab Wie wechsle ich nochmal, äh Mit Return? Ach, Return muss ich drücken Was, Return? So, ist der tot vielleicht? Wer ist tot? Okay, ich hab hier so eine Baracke Auf, wo, wie, was? Äh Super Wart, wart Ich hab gedrückt und So Äh, 12 Uhr Wo etwa? Ach hier, rechts, da im Auto Was, nur ein Auto Das steht, zwei Fahrzeuge Hä? Ah, wie spackig ist aber Renn Hey, cool, ich hab zwei ausgeschaltet Ja, geh mal Runder Also, äh, zu Äh, ja, nach unten eigentlich Und da hast du eine Baracke Vielleicht hast du ein bisschen Anderes Sichtfeld als ich Ja, vielleicht Zwei Dixi-Klos, siehst du das? Warte mal, ich stell mich mal Ein bisschen auf Äh, ich hab da jetzt eine Baracke Du hast doch zwei Autos Das sind zwei Dixi-Klos, ja, ja, ja Ja, und vor der Dixi-Klo Ist doch so eine Baracke Oder was auch immer sein soll Ja Und am Eck der Baracke Sind drei Kisten Ja Und Die hintere Kiste Zwei Meter nach rechts Würde ich sagen Da liegt eine Da ist ein Toder Dann hab ich den wahrscheinlich erschossen Der hat sich irgendwann hingelegt Und hat nichts mehr gemacht So, na gut Ja, und wenn du von den Kisten aus Von dem Toten Ein Stück hoch gehst Bis du auf den Zaun stößt Stehen links die Fahrzeuge Ja, die hab ich mittlerweile auch gefunden Und da waren auch ein paar Leutchen Aber jetzt erscheint es sauber zu sein Ja, da rennt irgendein Fahrzeug Dann nach vorne Äh Ich hab euch da noch gar nichts gesagt Wie kann ich euch Befehle geben? Huch, was hab ich denn jetzt gemacht? Da ging das Licht an Oh, Fahrzeug Ja, aber ich seh nichts weiter So Leg die mal hin, Kollege Und dann schießen wir das Fahrzeug mal kaputt Hä, mit was denn? Geht aus Da hat's Licht ausgemacht Oh, wer hat eine schöne Tracer-Munition? Ich? Ich will auch Aber ich schieß Was war denn das? Ich hör was Heli Kann das sein? Oh, jetzt hab ich auch Tracer Wie hast denn das gemacht? Die haben Mausraten dann die Tracer-Munition ausgewählt Hm, geht's Licht oder an? Bist du noch da? Ja Welcher bist du denn? Ich bin vorne Ich hab mich weiter vorgelegt Ich seh bloß Marksman Da hinten ist noch einer Ach, die drei rennen jetzt neben mir her Hm, okay So, wenn du Da unten bist du, da unten bist du schon Wenn du nach Norden schaust, da ist noch ein anderes Gebäude Nach Norden Norden ist Ja Oh Sollen da Aber Alter, wer schießt denn? Ich, äh Wollte nur wissen, ob der Komm, was weggeht Wir müssen auf jeden Fall da runter Zu der angesprochenen Baracke Welche sind? Ach da, die 680 Meter Oh, 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 oh Was war's? Auf dem Gelände Da unten Norden Auf dem Gelände Viele Feinde Norden, Norden Oh ja, ich seh's Äh, ich seh bloß Schatten Ich auch Hä? Können die Schatten sterben? Weiß nicht, werden wir gleich sehen Warum schieß ich denn wohl, aber nicht tief Hä? Oh, die Schatten sterben, ich spare deine Munition Ich seh's grad, ja Alpha for the win, alter Ist bestimmt, äh, Zombie-Level oder so Da ist auch einer Ne, ist auch Schatten Aber mit mir hier liegt Können wir doch so und so nix machen Die reagieren aber auf die Schüsse Bloß sterben tun sie nicht Jetzt ist der Handy weg Eigentlich ist er total dumm Aber wir machen so direkt Drauf zu Da unten laufen voll die Schatten rum Was soll denn da, Mist? Oder sind die vielleicht auf dem Turm drauf? Oder sind wirklich bloß Schatten? Nö, auf dem Turm seh ich keinen Was konntest du? Warte, hast du Elie Wo? Äh, jetzt würde ich mal sagen 12 Uhr Wo ist sie? Ist hier nix Ja, das weg, so Ja, wir müssen ja von vorne kommen Überall ist ja eingezäunt, oder? Ne, wir können auch von Ist das überhaupt norden? Was sind das dann? Wir laufen jetzt nach Nordwesten So, ich bin jetzt unten bei der Straße Schüsse Von wem? Nicht hinlegen, sag ich Wenn er sich nicht hinlegen kann Stell er sich wieder auf die Sau Also, angeblich hat der Typ Irgendwo den Schützen gesehen Ich aber nicht Kuriosisch heiße Ich hab mich voll erschreckt Weil ich Schritte gehört hab Helicopter, 700 Minuten Bearing 315 Jetzt muss ich erstmal eben Mein Ingame-Sound Ein bisschen lauter machen Die Effekte Ich hör kaum was Oh, weiter geht's Wo ist mein werter Herzchen wieder? Wo steht er? Äh, ich bin rechts von dir Ich hab mich an die Bischöfe geschlagen Okay, ich werde jetzt die Straße überqueren Der andere gibt noch Lichtzeichen Wer gibt Lichtzeichen? Das Auto Es geht wieder an und aus Er ist Vielleicht hat die Batterie Wackelkontakt Oh, warte mal Die Stelle kenn ich Was für Stelle? Die Stelle hier vorne Mit diesen komischen Sendbags Da war dieser Odium Im letzten Video Alter, wird ja nett in deinem Server sein Keine Angst, geh weiter Nee, aber die Stelle Die Stelle kenn ich halt Deine KI hält sich auch irgendwie blöd Oder? Weiß nicht So, ich folg dir mal von hinten Also die Steuerung ist irgendwie trotzdem sehr eigenartig Da steht, dass man erst S drücken muss, dass der mal wieder rennt Da musst du wieder S drücken, damit er langsam läuft Ja, du kannst ja alles einstellen Wo sind wir denn jetzt genau überhaupt hin? Nach irgendwo davor Auf jeden Fall Was, 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 was Was schießt denn der? Ich hab keine Ahnung Was ist hier irgendwo ein Soldier? Du hast deine Leute nicht unter Kontrolle hier Ist ja schlimm, dass ich nicht auf dich höre Ah, ich hab ihn gesehen Was denn? Ich hab irgendeine Bewegung gesehen gerade eben Geh doch mal von meiner Linse weg hier Hallo Kommen die von hinten oder was? Was? Die zielen alle nach hinten, wo wir hergekommen sind Ich sehe aber da keinen Da bin ich Ich geh mich halt mal hinten um Hast du mich erschreckt? Hier ist eine Tür offen Okay, let's go Was, let's go Go, I'll cover Da ist ein Mann im Gebäude What? Oder eine Leiche, besser gesagt Ach so Jetzt kommt wieder der Hubschrauber Move Da ist jemand im Gebäude drin Lebend? Ja Machen wir weg Die Leiche, besser sagt er